Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn man mit Kindern ein Restaurant aufsucht, kann das ganz schnell ziemlich stressig werden. Bekanntlich ist ja nicht nur der Junior oder das Töchter, sondern auch das Mami. Hin und da ein bisschen müde. Und das drückt dann halt auf die Stimmung. Zum Glück sehen wir solche Szenen immer seltener, seit wir umgestellt haben auf Goop Kids Restaurant. Endlich muss man nicht mehr das Gleiche essen wie die Grossen, sondern kann selber wählen, was man gerne hätte. Die speziellen Kindermenü servieren wir in einer tollen Verpackung. Darum schmecken einem die Boulé Nuggets, die Fischstäbli, die Wienerli und der unentbehrliche Hamburger natürlich noch viel besser. Und dass es zu jedem Menü Pommes frites, Coca-Cola und Ketchup oder Mayo gibt, das freut natürlich auch der Papi oder die Oma. Vor allem natürlich wegen dem günstigen Preis. Damit dann die Erwachsenen sogar den Kaffee in aller Ruhe trinken können, gibt es für jedes Kind noch eine kleine Überraschung. So vergaut die Zeit viel zu schnell. Vor allem dort, wo das Goop Kids Restaurant mit einem Spielecken ausgestattet ist. Sie sehen, auch in Begleitung von Kindern sind unsere Restaurants jederzeit einen Besuch wert. Nach wie vor sollen sich aber auch die Erwachsenen bei uns wohlfühlen, die einfach möchten zu mögeln, Zeitung lesen, für weniger als 10 Franken zu Mittagessen oder einen kleinen Zivierinhalt einlegen. Wir im Studio legen jetzt einen kleinen Zwischeninhalt ein und schauen, was im Markenfenster los ist. Ah, mein Lieblingsvertreter. Kaffee wie immer. Und wie viele Küchenrollen dürfen es heute sein? Keine, wenn es nicht Bounty ist. Bounty? Eine völlig neue Küchenrolle. Bounty ist extra saugfähig. Saugt gut, aber... Was hältst du davon? Stark. Und die Struktur, das sind ja richtig kleine Waben. Und jetzt ein richtiger Härtetest. Angetrocknetes Ei. Zeig mal, was deine Rolle kann. Oh, meine ist ja ziemlich hinüber. Struktur, die hält. Bounty, die tolle, super saugfähig ist das Tolle. Stark, stark. Und? So muss schocki sein. Ich glaube, ich darf sie sein. Edli Kaku-Sorte, gute Schweizer Milch und knackige Nüsse braucht es für die Herstellung von einer feinen Schocki. Dazu viel Fachwissen vom Confiseur und ein Schuss Perfektion bei der Produktion. Eigentlich ein ganz einfaches Rezept, wenn man es kennt. Kennen Sie die Schocki? Sicher eine der grossen Schweizer Marken. Richtig, Arnie Foucault. Neben den verschiedenen anderen Produkten kommen Sie diese Woche in unserer Abteilung Früchte und Gemüse wunderschöne Grenismiss zum Aktionspreis über. Armin Amrain, der seine Gäste auf dem Bürgerstock ständig mit neuen Kreationen verwöhnen muss, hat sich ein feines Dessert mit diesen Äpfeln einfallen lassen. Und zwar für ein Äpfelsaurant für ein Parfait auf einem Regalvados a Bayon. Grüezi miteinander. Einen Sirup aus Zucker und Äpfelsaft in möglichst steif geschlagenes Eiweiss langsam einlaufen und kalt schlagen. Graffelte Grenismiss zu dieser Eiweissmasse geben und mit Talvedos und Zitronensaft abschmecken. 3-4 Saurantfenblätter und geschlagenen Rahm vorsichtig darin halten. Dann das Parfait eingefrieren. Für das Abteilung, Eingelb, Zucker mit einer Preise Salz mit dem Mixer Schaum in schlagen. Im heissen Wasserbad so lange schlagen, bis die Creme in langen Spitzen am Schwingbäsen hängen bleibt. Anschliessend in einer Schüssel mit Eiswürfel kalt schlagen und zum Schluss auch hier noch den geschlagenen Rahm locker drunter ziehen. Zum Anrichten von dem Sabayon auf Teller verteilen. Parfait-Kugeln darauf anrichten und mit Münzen und Äpfelschnitzeln garnieren. Das Dessert können Sie wie immer nachlesen in der Coop-Zeitung bei den Aktionen. Sie werden sehen, es lohnt sich. Seit 70 Jahren ist Radio TV Steiner der sichere Partner für Unterhaltungselektronik. Mit sagenhaften Angeboten und Preisen zum Jubilieren profitieren auch Sie von diesem Jubiläum. Ein Beispiel ist der VHS-Camcorder AX370 von JVC mit Autofokus und 18-fachem Hyperzoom. Inklusive Akku- und Netzadapter offeriert in Radio TV Steiner die ideale Ferienkamera zur Miete für monatlich 40 Franken. Und diese Nikon Kompaktkamera AF 230 mit Autofokus, Blitz und praktischem Etwi kommen Sie bei Radio TV Steiner zum Sonderpreis von 68 Franken rüber. Wir kommen zu den Aktionen. Die Granny Smith-Apfel, ich hoffe Sie haben das Rezept von Armin Amrein mitverfolgen, kostet per Kilo nur 2,70. Spaghetti Napoli gibt es im Multipack für 3 Franken. Und Le Parfait kommen Sie je Taube 1 Franken günstiger rüber. Ebenfalls günstiger offerieren wir Ihnen Gobe Color Film im Duopack. Das Duo 100 Ansatz zum Beispiel kostet nur 8 Franken. Das Gleiche gilt für unsere Aktion Ferienkoffer. Sie finden dort Verschiedenes, was man auch in den Ferien jeden Tag brauchen kann. Zum Beispiel Beldam Sonnenmilch mit Schutzfaktor 12 für nur 37. Im Gegensatz zu dem Gobe Kids Restaurant, das ich Ihnen am Anfang der Sendung vorgestellt habe, macht das Gobe Studio jetzt eine Sommerpause. Aktuelle Kurzbeiträge sehen Sie aber wie immer am Mittwoch vor der Tagesschau. Eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.